Wenn irgendwo versteckt eine menschliche Leiche ohne Kopf gefunden wird, dann ist das schon ziemlich grausam und bestialisch. Man fragt sich direkt, was mit dem Opfer passiert ist. Wenn so etwas dann aber in unmittelbarer Entfernung zueinander binnen neun Jahren gleich zweimal passiert, dann wird die Sache schon richtig gruselig. Und genau darum geht es in dieser Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Thomas Schmidt. Ich bin Digitalreporter bei der VRM und euer Host. Und heute darf ich euch mitnehmen zur Burg Frankenstein. Das 1252 zum ersten Mal dokumentiert erwähnte Bauwerk ist in Südhessen zu finden. Genauer gesagt am südöstlichen Rand des Darmstädter Stadtteils Eberstadt in der Nähe von Niederbeerbach. Dort thront das alte Gemäuer in etwa 370 Metern Höhe auf einem Ausläufer des Langenbergs und ist aus vielen Richtungen schon von Weitem zu sehen. Aber nicht nur aus der Ferne ist sie zu sehen. Auch der Panoramablick, den man von oben hat, ist sehr beliebt. Es gibt dort ein schickes Restaurant, das einen tollen Weitblick bietet. Wobei bei diesem Fall, um den es heute geht, da vergeht einem eher der Appetit. Dabei assoziiert man mit der Burg oder eher mit ihrem Namen doch schon so auch Gruseliges. Das Monster Frankenstein. Er ist durch den gleichnamigen Roman und im Laufe der Zeit durch unzählige Verfilmungen bekannt geworden. Oder die Halloween-Partys auf der Burg. Seit den 70ern ist die Location Schauplatz einer der faszinierendsten Halloween-Partys des Landes. Aber bei dem Namen ist es natürlich auch umso passender. Und ich will jetzt keine krampfhaften Parallelen suchen, aber auch Frankensteins Monster besteht aus unterschiedlichen Körperteilen. So viel kann ich hier schon mal spoilern. Der reale Fall, um den es heute geht. In dem erschafft glücklicherweise niemand eine Kreatur aus verschiedenen Gliedmaßen. Aber das werdet ihr gleich noch erfahren, was hier passiert ist. Alles beginnt im Jahr 2003. Mitten in der Nacht, als ein Pärchen im Wald bei der Zufahrt zu der Burg unterwegs war. Es ist 2.30 Uhr. Stockdunkel. Und die beiden sind auf der Suche nach einem lauschigen Plätzchen. Es ist Mitte Juni, also auch noch schön warm, aber diese traute Zweisamkeit, die wird schon bald gestört, als das Liebespaar einen schrecklichen Fund macht. Am Parkplatz, da schimmert etwas im Mondschein. Heller als der Boden, auf dem es liegt und ein richtiger Schocker. Vor ihnen sehen sie die Leiche eines Mannes. Nackt und nicht gerade gut versteckt, das wirkt eher so wie auf dem Präsentierteller. Und als wäre ein Leichenfund nicht schon schlimm genug, müssen die beiden dann auch noch feststellen, der Körper liegt dort ohne Kopf. Er wurde dem Mann abgetrennt. Aber hier? Einfach so? Auffindbar für jeden? Wollte derjenige, der dem Unbekannten das angetan hat, etwa, dass man die Leiche hier so findet? Oder ist das Ganze eher das Endprodukt einer hastigen Entsorgungsaktion? Kamen Passanten vorbei, die beim Verstecken gestört haben und musste dann alles ganz schnell gehen? Das herauszufinden, ist jetzt die Aufgabe der Polizei, die die beiden nach dem Fund direkt gerufen haben. Schnell sind unzählige Beamte mitten in der Nacht am Einsatzort eingetroffen und für die gilt es jetzt so schnell wie möglich, die Umgebung abzusuchen, Spuren zu sichern. Vielleicht findet sich ja auch noch jemand, der etwas damit zu tun haben oder zumindest etwas gesehen haben könnte. Eine Hundertschaft der Bereitschaftspolizei, Spürhunde, eine Reiterstaffel, die Spurensicherung und die Kriminalpolizei sind in allen Richtungen rund um den Fundort der Leiche unterwegs, untersuchen die Leiche, untersuchen die Umgebung und sind damit auch richtig, richtig lange beschäftigt. Denn klar ist, sie wollen auf jeden Fall den Kopf des bis hierhin noch unbekannten Toten finden. Aber es dauert bis 14 Uhr, bis eine erste offizielle Meldung von der Polizei kommt und in der heißt es, dass man die Suche nach dem Kopf des Toten erfolglos nun abgebrochen habe. Das erklärt der damalige Pressesprecher der Polizei Südhessen-Darmstadt gegenüber unserer Redaktion und man lieferte auch gleich eine mögliche Antwort darauf, warum der Torso so auffällig abgelegt worden sein könnte. Wir gehen davon aus, dass der Täter es eilig hatte und sich nur kurz am Fundort aufhielt, sagt der Sprecher. Man konnte auch anhand der Leiche feststellen, dass der Fundort nicht auch gleichzeitig der Tatort gewesen ist, denn beim Ausladen soll der Unbekannte schon seit einem Tag tot gewesen sein. Also, was wissen wir? Fundort nicht gleich Tatort und Fundtag nicht gleich Tattag. Das können wir bis hierhin mal festhalten, aber wer der Mann ist, dessen Überreste man jetzt gefunden hat, das ist noch völlig unklar. Vermisst gemeldet wurde zumindest niemand. Die Kripo hat ihn auf zwischen 30 und 50 geschätzt, was die Suche jetzt natürlich auch nicht viel einfacher macht. Aber man hat auch noch kommuniziert, dass er eine hellbräunliche Hautfarbe habe und eine etwa 17 cm lange Operationsnarbe unterhalb seines Brustbeins beginne und bis zum Nabel verlaufe. Aber was hat diesen Unbekannten, diesen Mann, in diese Situation gebracht? Wie ist er hierher gekommen und mit wem? Die Polizei vermutet ein Gewaltverbrechen einer organisierten Bande. Denn die Art der Tötung und die Zerstückelung ist auch für die Polizei natürlich nicht alltäglich. Einen Zusammenhang zur Region Südhessen muss es dabei nicht unbedingt geben. Vermutlich war es für den oder die Täter einfach, nur ja praktisch, die Ausfahrt Pfungstadt-Eberstadt von der A5 zu nehmen und die Leiche dort abzulegen. Nur halt relativ überhastet und nicht gut versteckt. Aber vielleicht spielt genau das den Ermittlern ja in die Karten. Aber dass es dann so schnell gehen würde, das ist wirklich bemerkenswert und ich habe mich hier durch unser VRM-Archiv gewühlt und habe auch mehrmals checken müssen, fehlen mir jetzt hier ein paar Seiten oder ist das wirklich so flink geschehen? Aber es ist wirklich so. Artikel über das Auffinden der Leiche vom 18.06. und die Story vom 19.06.2003 trägt dann schon die Überschrift, Darmstädter Torso identifiziert, Verdächtige in Haft. Also nur einen Tag später schon solche News, aber lasst uns da mal schauen, was zu diesen Ereignissen geführt hat. Zuallererst ist es den Ermittlern gelungen, den Toten zu identifizieren. Bei dem Mann handelt es sich um einen 59-jährigen Mann aus Ludwigshafen, also selbst die recht große Altersspanne von 30 bis 50 lag hier daneben. Sein Name Fikri U. U stammt aus der Türkei und lebte mit seiner Lebensgefährtin und zwei Kindern zusammen. Die Kinder sind aber nicht seine Leiblichen. Die Polizei konnte U so schnell identifizieren, weil er schon in der Datenbank war. Er ist wegen gefährlicher Körperverletzung und Brandstiftung schon registriert. Mit der Lebensgefährtin und den beiden Kindern wohnte er aber erst seit etwa zwei Jahren zusammen. Seit er dort wohnt, also in diesem Zeitraum hatte der Mann keine Meldeadresse, war wie abgetaucht und nicht mehr greifbar. Naja und jedenfalls wird die Familie nicht nur über den Tod Fikris informiert, sondern auch befragt. Und der Sohn von Fikri U.'s Lebensgefährtin, der belastet dann seine Mutter schwer und erzählt den Beamten, sie war es. Der 30-Jährige bestreitet, mit der Tat auch etwas zu tun gehabt zu haben, will aber geholfen haben, die Leiche zu beseitigen. Und er belastet auch seine Schwester. Die 33-Jährige stellt sich dann einen Tag später der Polizei. Alle beide sitzen in Untersuchungshaft. Die Mutter der beiden ist aber noch auf der Flucht. Die Polizei schreibt sie und den blauen Opel Vectra mit Ludwigshafener Kennzeichen, in dem sie vermutlich unterwegs ist, sofort zur Fahndung aus. Und auch die 53-Jährige kann nur kurze Zeit später festgenommen werden. Nun deutet also alles auf ein, ja ich will diese Begriffe gar nicht benutzen, in diesem Fall zitiere ich mal die damaligen Ermittler, nun deutet alles auf ein blutiges Familiendrama hin. In der Zwischenzeit klärt sich auch, wie Fikri U. gestorben ist. Denn an seinem Oberkörper können die Mediziner eine Schussverletzung erkennen, die letztendlich auch für seinen Tod verantwortlich gewesen ist. Ebenfalls wichtig ist es den Beamten natürlich auch, den Verbleib der übrigen Leichenteile zu klären. Allen voran die Frage, wo ist der Kopf? Das kann der Sohn ebenfalls aufklären. Er führt die Beamten zu einem Versteck nach Bad Dürkheim. Dort sollen Mutter und Tochter ihn gemeinsam vergraben haben und dort findet ihn die Polizei dann auch an der von dem 30-Jährigen beschriebenen Stelle in einem Waldgebiet. Wie ein Sprecher der Mannheimer Polizei erklärt, wurde er wahrscheinlich mit einem Beil und mit einem Messer abgetrennt. Und diese Anschuldigung des Sohnes, der eigenen Mutter gegenüber, da könnte tatsächlich auch etwas dran sein. Das heißt natürlich nicht auch gleich automatisch, dass er mit dem Mord nichts zu tun hatte, aber wie sich herausstellt, gäbe es für die Frau ein Motiv. Die Polizei schaut im Zuge der Ermittlungen natürlich auch in die Akten. Was liegt über wen vor? Und ich habe es ja schon erwähnt, gegen Fikri U. hat es Anzeigen wegen Brandstiftung und Körperverletzung gegeben und das Opfer der Körperverletzung. Das war in diesem Fall seine Lebensgefährtin und jetzige Verdächtige. Wollte sie sich an ihm rächen? Das scheint zumindest denkbar. Und auch der Sprecher der Polizei Südhessen geht kurz nach dem Verbrechen bereits von einem familiären Hintergrund aus. Er sagt uns gegenüber, das scheint eine Rache-Geschichte zu sein. Jetzt haben wir schon einiges aufklären können. So ein bisschen Licht ins Dunkle bringen können, aber auch der Tatort will natürlich noch gefunden werden. Und auch das gelingt den Ermittlern in dem Fall wirklich sehr schnell. Schon am nächsten Tag betreten sie einen Schrebergarten, den die Frau in Edingen-Neckarhausen angemietet hat. Auf der Couch dort soll den Mann der tödliche Schuss getroffen haben. Doch es fehlt ein Stück Stoff. Ein Stück Stoff, das aus der Couch herausgeschnitten wurde. Ein letzter Beweis auf das blutige Verbrechen, den die Familie glaubte, entsorgt zu haben. Der Stofffetzen ist gemeinsam mit dem Kopf von Fikri U vergraben worden. Die Polizei findet nach Hinweisen der Kinder auch einen Teppich. Den Teppich, in den die blutige Leiche des Mannes eingewickelt war. Er wurde an einem See bei Ludwigshafen versteckt. Auch die Kleider des Toten wurden entsorgt, aber auch die konnten wiedergefunden werden. Sie waren in einem Altkleidercontainer in Ludwigshafen. Nur warum und wie die Frau als mutmaßliche Täterin ihren Lebensgefährten getötet hat, das muss jetzt noch ermittelt werden. Die Verdächtige selbst ist ihnen zu dieser Zeit keine große Hilfe, denn im Gegensatz zu ihrem Sohn schweigt sie beharrlich und macht keinerlei Angaben. Und genau wie ihr Bruder bestreitet auch die Tochter der Hauptverdächtigen, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Auch sie erklärt in Anführungszeichen nur, bei der Beseitigung der Leiche geholfen zu haben. Und das scheint nach ersten Erkenntnissen der Polizei auch so gewesen zu sein. Jedenfalls kommen die beiden nach rund zwei Wochen wieder frei, haben ja bis dahin wie auch ihre Mutter in Untersuchungshaft gesessen. Aber die Staatsanwaltschaft sieht dafür jetzt erstmal keine Gründe mehr. Was aber als gesichert gilt und von beiden ja auch nicht abgestritten wird, ist, dass sie bei der Beseitigung der Leiche und beim Reinigen des Tatorts mitgeholfen haben. Die Mutter könnte da ja jetzt aufklären, wie es wirklich abgelaufen ist, doch sie macht auch weiterhin keine Angaben. Und so kommt es dann rund acht Monate später zum Prozess. Die mittlerweile 54-Jährige muss sich vor dem Heidelberger Landgericht wegen Mordes verantworten. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die Motive Eifersucht und übersteigertes Besitzdenken sind. Und erst jetzt, als die Anklage verlesen wird, da erfährt man ein weiteres Detail. So wurde dem Toten nicht nur in den Unterleib, sondern auch direkt in den Kopf geschossen. Er soll dabei auf der Couch in dem Schrebergarten gelegen und geschlafen haben. Der Kopf soll erst nach der Tat abgetrennt worden sein. Er war also schon tot, als ihm mit einer Axt der Schädel abgetrennt wurde. Und damit konfrontiert äußert sich jetzt endlich, mehr als ein halbes Jahr nach der Tat, auch die mutmaßliche Täterin. Und sie weist den Mordvorwurf zurück. Es hat sich aus ihrer Sicht alles ganz anders zugetragen. Ihr Lebensgefährte sei nämlich mal wieder gewalttätig geworden und dieses Mal fest entschlossen gewesen, seine Partnerin zu töten. Mit einer Schusswaffe sei er auf sie zugekommen. Dann entstand so ein Gerangel. Die Frau will versucht haben, ihm die Waffe abzunehmen. Sie ziehen und zerren beide daran in Todesangst. Und dann löst sich ein Schuss. Er trifft Fikriou in den Unterleib. Einen zweiten Schuss will sie aber nicht abgegeben haben, also fraglich, woher die Einschusswunde im Kopf des Mannes kommen soll. Bei späteren Vernehmungen schweigt die Frau wieder, also gar nicht mal so einfach, das jetzt wirklich alles nachvollziehen zu können. Am ersten Prozestag geht sie dann aber doch etwas ins Detail. Ihr Freund soll verlangt haben, dass sie das Gartenhaus verkauft und er dann das Geld dafür bekommt. Was sie in diesem Fall natürlich gewollt habe. Und daraufhin habe er sie dann an den Haaren gezogen, geschlagen und gewürgt. Er soll dann auch gedroht haben, sie umzubringen, direkt gefragt haben sogar, ob sie sterben will. Und dann sei es eben zu dem schon beschriebenen Gerangel gekommen. Und wie gesagt, an einen zweiten Schuss kann sie sich komischerweise nicht erinnern. Und obwohl sie, wie sie aussagt, immer in Angst gelebt habe, ihren Freund habe sie nicht töten wollen. Die Frau weint, als sie das erzählt. Sie hat die Tatwaffe dann im Neckar entsorgt und ihrer Tochter alles gebeichtet. Die hat dann gesagt, sie müssen die Polizei rufen, aber das wollte sie nicht. Stattdessen vergibt sie den Auftrag an ihre Kinder, die Leiche zu entsorgen. Die Staatsanwaltschaft scheinen diese tränenreichen Schilderungen aber nicht zu überzeugen. Sie ist der Meinung, die Angeklagte hat den Mann aus Heimtücke im Schlaf erschossen. Und will sie wegen fahrlässiger Tötung lebenslangen Haft sehen. Doch kurz bevor die Verhandlung in Richtung Urteilsverkündung geht, taucht, ziemlich überraschend, ein neuer Zeuge auf. Es ist der Ex-Schwiegersohn der Angeklagten. Ein 54-Jähriger, der mal mit der Tochter der Angeklagten zusammen war, die ebenfalls vor Gericht steht. Unter Polizeischutz sagt er, diese Frau, seine ehemalige Schwiegermutter, ist der Teufel. Also eher keine Entlastung für die Angeklagte. Der Zeuge ist sich sicher, sie war es, sie muss es gewesen sein. Sie hat es geplant, weil ihr Freund sich trennen wollte und weil er die Straftaten ihres Sohnes zur Anzeige bringen wollte. Den hat die Mutter nämlich immer wieder zu Raubüberfällen angestiftet, weil sie Geld für eine Villa in der Türkei brauche. Und das will der Mann nicht von irgendwoher wissen, sondern direkt von der Tochter erzählt bekommen haben. Die bestreitet das vor Gericht. Sie bleibt dabei, sie hat geschossen, um sich zu verteidigen. Das sagt sie mit fester Überzeugung, aber dabei gewesen ist sie ja nicht. Und der Zeuge legt richtig los. Die Frau soll ihre Kinder misshandelt haben, auf ihren Ex-Mann mit einem Messer losgegangen sein und ihn selbst ebenfalls zweimal mit einem Messer attackiert und die Zähne ausgeschlagen haben. Sie soll auch versucht haben, ihn umbringen zu lassen und hat, ich zitiere, mich vollgemacht und vergewaltigt. Während der Mann aussagt, springt die Angeklagte immer wieder auf und beschimpft ihren früheren Schwiegersohn. Und sie sagt, das ist zu 90% Lüge. Was ich irgendwie eine ziemlich lustige Aussage finde, welche 10% da jetzt wahr sind, naja, da müssen wir raten, fürchte ich. Aber wie glaubwürdig ist das alles? Schwer zu sagen, denn auch der Zeuge ist nicht die Unschuld in Person. Gegen ihn wurde bereits wegen Menschenhandels ermittelt, er soll seine Ex-Frau zur Prostitution gezwungen haben. Also hier kommt jetzt noch einmal richtig Action rein, aber etwa zwei Wochen nach diesem Auftritt wird dann auch das Urteil gesprochen. Acht Jahre Haft wegen Totschlags. Diese Notwehrversion will man zwar nicht gelten lassen, man kann ihr aber auch keinen heimtückischen Mord nachweisen. Sie soll aus Eifersucht und übersteigertem Besitzdenken gehandelt haben. Und so kann es auch gehen, ein Fall, der mal richtig schnell geklärt wird. Wir hingegen wären auch ziemlich schnell am Ende dieser Folge, wenn wir hier jetzt nach dem Urteil, wie so oft zuvor, schon Schluss machen würden. Aber das tun wir in diesem Fall ja nicht, denn neun Jahre später wiederholen sich schreckliche Dinge. Neun Jahre, nachdem die kopflose Leiche von Fikri U an der Burg Frankenstein gefunden wird, stoßen Pilzsammler an einer Straße, die hinauf zur Burg führt, auf einen seltsamen verpackten Gegenstand. Ein menschlicher Torso, ohne Kopf und ohne Beine. Wir springen damit nun also ins Jahr 2012. Die acht Jahre Haftstrafe sind in diesem Jahr um und dennoch will ich schon mal spoilern, nein, wir haben es hier nicht mit einem weiteren Mord durch dieselbe Täterin zu tun. Es ist ein Donnerstag an der kleinen schmalen Straße, die rauf zur Burg Frankenstein führt. Ein Pilzsammler ist hier auf der Suche nach Essbarem, als er etwas Ungewöhnliches entdeckt. Einen verdächtigen, verpackten Gegenstand, ja, ein Paket schon fast. Unzählige Fliegen schwirren darum, leichter Verwesungsgeruch liegt in der Luft. Und um die etwa einen Quadratmeter große, matschige Fundstelle herum sieht es so aus, als hätte hier ein Feuer gebrannt. Der Pilzsammler verständigt die Polizei, denn er weiß zwar nicht genau, auf was er hier gestoßen ist, aber ist sich recht sicher, hier ist irgendwas seltsam. Da stimmt was nicht. Die Polizei überprüft das seltsame Paket und findet darin den menschlichen Torso. Kopf und Beine fehlen dem Verwesungszustand nach zu urteilen, schon vor einiger Zeit hier abgelegt worden. Den ganzen Abend und die ganze Nacht über ist die Polizei vor Ort, ist die Kripo und die Spurensicherung da. Spuren sichern, wo jemand keine Spuren hinterlassen wollte. So erklärt sich zumindest, dass es um den Fundort herum wohl mal kurz gebrannt hat. Und trotzdem hinterlässt man unfreiwillig Spuren in dem feuchten, matschigen Boden. So werden mit rosa Sprühfarbe etwa Fußabdrücke markiert. Proben werden genommen, ins Labor geschickt, analysiert. Polizisten laufen nebeneinander durch das Waldgebiet. Ausgestattet mit langen, weißen Stöcken auf der Suche nach, ja, was eigentlich? Den fehlenden Körperteilen, Spuren, persönlichen Gegenständen, die Rückschlüsse auf das Opfer ziehen lassen könnten? Auffällig ist jedenfalls, dass der Tote nicht aufwendig versteckt worden ist. Nicht tief im Wald, nicht vergraben, nicht mal zugedeckt mit Ästen und Laub, sondern unmittelbar neben einer schmalen Straße am Rand eines Forstwegs. Über den Toten weiß man zu dieser Zeit noch genauso wenig wie über einen möglichen Täter. Aber man ist da recht optimistisch, dass sich das bald ändern könnte. Auffällige Tätowierungen und auffällige Ringe könnte man gut wiedererkennen, wenn man die Person schon mal gesehen hat. Auf den Ringen des Toten sind Blumenornamente abgebildet und zwei kleine Delfine. Im linken Brustbereich hat er eine Rose tätowiert, am linken Unterarm eine Katze oder ein Tiger und ein Anker oder ein Pfeil. Auch am rechten Unterarm ist er tätowiert, aber das Motiv lässt sich schon nicht mehr erkennen, irgendein Muster. Auf dem linken Schulterblatt hat er eine nackte Frau tätowiert. Sie trägt Engelsflügel. Todesursache, Todeszeitpunkt oder sonstige Hinweise auf die Identität des Toten finden sich rund um den Tatort aber erst einmal nicht weiter. Erst ein paar Tage später gibt es neue Hinweise, die veröffentlicht werden. So soll der Mann älter als 30 Jahre und zwischen 1,60 und 1,70 groß gewesen sein, von kräftiger Statur und mit Brustbehaarung. Sichtbare Narben sind an seinem rechten Unterbauch und an seinem rechten Handgelenk zu sehen. Was man bei der Obduktion auch sehen konnte, in beiden Herzschlagadern wurde ihm ein Stent gesetzt. Er hatte wohl vor längerer Zeit einen Herzinfarkt. Von seinen Tätowierungen und von den Ringen werden dann Fotos veröffentlicht, in der Hoffnung, bei der Identifizierung einen Schritt weiter zu kommen. Denn auch nach einem Monat ist die Identität des Mannes, dessen Torso man an der Burg Frankenstein gefunden hat, noch immer unklar. Die Polizei lobt eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro für Hinweise aus. Der Fall läuft in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst, aber es dauert. Es dauert, bis im Oktober 2012 endlich ein Hinweis aus der Bevölkerung eingeht, der sich dann auch bestätigen soll. Der Tote heißt Thomas G., ein 48-Jähriger aus Büttelborn in Südhessen. Fingerabdrücke und DNS haben die Identität bestätigt. Mit Spürhunden durchsucht die Polizei daraufhin die ehemalige Wohnung von Thomas G., befragt dessen ehemaligen Mitbewohner und versucht so Anhaltspunkte zu finden, wer G., warum ermordet und so grausam zugerichtet und verstümmelt haben könnte. Viel schlauer werden die Beamten dadurch aber nicht, sodass sie kurz Zeit später den Namen des Toten auch öffentlich machen und ganz gezielt fragen, wer hat ihn gekannt. Wer weiß, wo er sich nach dem 31. August 2012 aufgehalten hat und wie und wo ist er dann verschwunden. Dann vergeht nochmal eine ganze Menge an Zeit, wenn über den Fall noch berichtet wird, dann sind es allenfalls solche Wasserstandsmeldungen. Polizei bittet um Hinweise, wer weiß etwas über. Weitere Details nennt die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht. So in etwa gestalten sich die Berichte. Bis dann am 11.01., rund vier Monate nach dem Leichenfund, erstmals die Meldung aufkommt, es wurde jemand in Zusammenhang mit dem Mordfall verhaftet. Es ist der 56-jährige ehemalige Mitbewohner des Toten. Und der hat nicht nur zu Beginn der Ermittlungen widersprüchliche Angaben gemacht, es konnten auch seine DNA-Spuren am Fundort gesichert werden. Das beweist jetzt erst einmal nichts, denn handfeste Beweise gibt es nicht und der Mann bestreitet, etwas mit dem Tod von Thomas G. zu tun zu haben. So muss die Polizei sich auch damit abfinden, dass ihre Hoffnung auf Hinweise zu den fehlenden Leichenteilen erst einmal nicht erfüllt wird, denn der Verdächtige macht von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch und schweigt. Die Suche nach dem Kopf und den Beinen des Mordopfers ist eingestellt und es ist fraglich, ob man überhaupt noch etwas finden wird. Jedenfalls ist man jetzt so ein bisschen in lauer Stellung. Man hat die Umgebung des Tatorts abgesucht und da man dort nichts gefunden hat, könnten die Leichenteile ja quasi überall sein. Vor Gericht muss sich der 56-Jährige aber trotzdem verantworten. Ihm wird vorgeworfen, seinen ehemaligen Mitbewohner getötet und anschließend seinen Kopf und seine Beine abgetrennt zu haben. Den Torso hat er dann in der Nähe der Burg Frankenstein in den Wald gebracht und mit Benzin in Brand gesetzt. Aber auch vor Gericht bleibt der Mann stumm. Lediglich auf die Frage, ob er Angaben machen wolle, gibt es zum Verhandlungsauftakt eine Antwort von ihm zu hören und die lautet Nein. Aber es haben ja auch noch andere Zeuginnen und Zeugen ausgesagt und dabei stellt sich dann heraus, dass mutmaßlicher Täter und Opfer nicht nur zusammen gewohnt haben, sondern auch eine sexuelle Beziehung zwischen den beiden bestand. Ob das nun erstmal für oder gegen eine Täterschaft spricht, das sei mal dahingestellt. Dann wird auch noch ein Freund des Angeklagten befragt und der wird ungewollt ziemlich verdächtig, denn der verstrickt sich bei seinen Aussagen ebenfalls in Widersprüche. Denn zuerst wird er gefragt, ob er mit dem Angeklagten über einen bestimmten Überweisungsträger gesprochen hat. Das verneint er einmal, das verneint er bei Nachfragen auch noch mehrere Male, aber blöd halt, wenn das Gegenüber die Antwort schon kennt und die Wahrheit eigentlich anders aussieht. Denn im Anschluss bekamen sowohl der Zeuge als auch der ganze Gerichtssaal Aufnahmen aus einer Abhöraktion zu hören. Und zwar ein Telefonat zwischen dem Zeugen und dem Angeklagten. Und darin ging es dann sehr wohl um den besagten Überweisungsträger, was die Glaubwürdigkeit des Zeugen natürlich ziemlich in den Zweifel zieht. Und Staatsanwalt Sebastian Zwiebel sagt dazu, es war offensichtlich, dass der Zeuge für ihn gelogen hat. Zu diesem Zeitpunkt ist ja noch vieles unklar, ebenso wie die Dauer der Verhandlung. Sollte der Angeklagte doch reden, dann werde man die Verhandlungstage auch noch einmal verlängern. Aber darauf deutet zu Beginn zumindest noch nichts hin. Schweigt er weiter und wird verurteilt, dann droht ihm eine Freiheitsstrafe zwischen 5 und 15 Jahren. In besonders schweren Fällen sogar lebenslänglich. Aber darauf deutet derzeit auch noch nichts hin. Denn die Anklage lautet auch nicht Mord, sondern Totschlag. Einfach, weil man nichts über das Verbrechen und das Motiv und wie was genau passiert ist, weiß. Letzte Rückschlüsse, die man vielleicht aus der Leiche hätte ziehen können, auf die kann man auch nicht zurückgreifen, da der Körper vollständig verbrannt ist. Man konnte so einen groben Tatzeitraum eingrenzen. Aber die Art der Verletzungen, Todesursache, Hergang oder Anlass, die Fragen danach blieben unbeantwortet. Der Staatsanwalt sagt dazu, in diesem Fall greift der juristische Grundsatz, dass im Zweifel für den Angeklagten entschieden wird. Und weil es für den Tatbestand Mord eben jetzt keine Indizien oder gar Beweise gibt, hat die Staatsanwaltschaft die, Zitat, mildere Variante Totschlag gewählt. Und so ist es auch bis zuletzt geblieben, dass man nicht aufklären konnte, woran das Opfer letztlich gestorben ist und wie es gestorben ist. Rechtsmediziner haben vergeblich noch versucht, eine Antwort auf diese Frage zu finden, aber letztlich musste eine Expertin auf Nachfrage des Gerichts sogar eingestehen, dass es auch sein könne, dass Thomas G. gar keinem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, sondern beispielsweise an einem Herzinfarkt gestorben sein könnte. Klar, möglich ist vieles, wenn viele Antworten zumindest theoretisch denkbar sind. Aber für den vorsitzenden Richter scheint diese Möglichkeit nahezu ausgeschlossen. Er sieht die Lügen des Angeklagten als eine Vorwärtsstrategie, zu der er dann auch noch Bekannten und Freunden verschiedene Versionen aufgetischt habe, um gar keinen Verdacht gegen ihn aufkommen zu lassen. Aber er war nicht vorsichtig genug, hat wohl teilweise auch Informationen ausgeplaudert, die sich später als entscheidende Teile der Indizienkette herausgestellt haben und gegen ihn sprechen. Und so lautet das Urteil am Ende auch schuldig. Schuldig wegen Totschlags und er wird verurteilt zu zehn Jahren Haft. Und am Ende heißt das auch, diese Verbrechen haben nichts mit der Burg Frankenstein zu tun. Sie haben nicht einmal was mit der direkten Umgebung oder des Stadtteils selbst zu tun. Mehr oder weniger zufällig sind die Fundorte der Leichen, also kein Monster, kein Frankenstein und kein morbider Charme der Burg, der hier irgendwie mit reinspielen könnte, sondern am Ende zwei sehr dramatische Schicksale und grausame Verbrechen, die hier in beiden Fällen durch das Ablegen der Leichen ihren Schlusspunkt gefunden haben. Und das hat jetzt auch unsere heutige Folge von Abgrundtief. Schön, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid. Wenn ihr den Fall und die Folge spannend fandet, dann bewertet sie doch ganz einfach in eurem Podcast-Player und erzählt euren Freunden von unserem Podcast. Mich würde es freuen. Ich freue mich auch, euch zur nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut und passt auf euch auf. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Thomas Schmidt, Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App. Wir wollen einenoff. Ander裏 Label Underfinelle 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 Underfinelle